Jo, hi zusammen, ähm, ich wollte euch mal so kleine Infos geben, weil ich habe wieder eine Langeweile. Wie ihr seht, habe ich mir einen neuen Schar gemacht, einen Warrior, CA Spammer. Nicht auf meinen Hauptaccount, das geht leider nicht, da er mein Bär komplett voll ist. Ähm, habe ich mir so einen Twing-Account gemacht. Ähm, eigentlich wollte ich Ihnen nur zeigen, äh, man sieht es ja an den Namen CA Spammer. Äh, ich habe ein Haar im Mund. Äh, äh. So, mitten in der Aufnahme, mein Gott. Ähm, wollte ich euch einfach mal zeigen, ähm, äh, dass ich CA nochmal Spammer und euch zeige, was so droppen kann. Och, mein Gott, jetzt habe ich noch einen Haar, das geht mir gar nicht. Ich kriege Haare auf den Zähnen. Äh, so. Und wie viel hat die denn? Knobeln an? Okay. Ähm, deswegen, ich dachte, die kenne ich irgendwo. Ähm, und zwar habe ich das so gemacht, ähm. Äh, ich konnte Chaos Arena Level 1 nur mit Level 50 machen, das ging vorher nicht, ey. Ohne die BMW 2, das konnte ich vergessen. Das ging nicht, die haben mir zu viel Schaden gemacht. Aber jetzt geht das. Und ich habe das nämlich jetzt so vor, ich werde mit denen immer benutzen, jetzt nur noch für CA. Nur noch für CA. Ich werde weder mit dem Level noch questen, noch sonst irgendwas. Ich werde nur CA mit dem machen. Ähm, wie viele Level 1, sei ich noch machen kann, ist noch unbekannt, da ich... Ähm, da ich halt noch ein bisschen XP da drinne bekomme. Ähm, bis Level 64 kann ich ja die Level 1er machen. Und ich habe bis jetzt zwei Ones gemacht, das sind bis jetzt die Chords, die so rausgekommen sind. Und wenn ich das Level 64 habe, dann zeige ich euch einmal, wie viele Chords ich gedroppt habe in der Zeit. Ja, bis Level 64 kann ich die machen. Ja, das war es eigentlich soweit. Das wollte ich euch nur einmal kurz erzählt haben. Ich... Eigentlich ist es nichts Besonderes, aber ich dachte, ich zeige euch das einfach mal. Also, bis dahin, tschuhüss. Und wann es kommt, ist fragwürdig. Wann ich auch immer Lust habe. Aber Level 1er kommt bald. Tschüss.